Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Die Freude am Herrn, hast du auch schon einmal gedacht, über was soll ich mich jetzt freuen? Die Freude am Herrn gibt uns Kraft, so steht es in Nehemiah 8, Vers 10. Und jeden Tag brauchen wir neue Kraft. Probier es einmal aus. Ja, probier es aus. Das ist auch Inhalt dieser Sendung. Nicht nur zuhören, sondern auch wirklich nachmachen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Liebe vertreibt die Angst. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich. Auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon, heute bis 13 Uhr. Liebe vertreibt die Angst. Und da lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 18. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie die Angst. Das ist doch ein Rezept wie vom Arzt, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt. Lässt du das zu? Oder hältst du an der Angst fest? Gottes Liebe? Ja, Gott weiß nicht, wie ich drin hänge und wie groß meine Not ist und wie groß meine Sorgen ist, wie groß meine Angst ist. Ich sage dir, lass Gottes Liebe in dein Leben hinein. Gottes Liebe ist grenzenlos. Gottes Liebe ist auch bedingungslos. Ja, wir haben zu unserem Nächsten, wir müssen manchmal schauen, dass wir geliebt werden. Und ja, wir werden geliebt, wenn man ein Geschenk bringt oder irgendwas Tolles tut. Und ach, danke, du bist ja so lieb, dass du mir und so weiter. Gott liebt dich in jeder Lage, in jeder Bedingung. Auch wenn du richtig Mist gebaut hast. Gott liebt dich und lass diese Liebe in dich hinein. Und wie es in diesem Vers heißt, diese Liebe vertreibt alle Angst. Er ging für dich ans Kreuz, weil er dich liebt. Er liebt dich bedingungslos. Wenn er all unseren Mist praktisch auswerten würde, hätte er es nie getan. Aber er liebt dich bedingungslos. Und lass diese bedingungslose Liebe Gottes in dich hinein und die vertreibt alle Angst. Danke, Herr. Herr, so viele Menschen haben Angst in diesen Tagen. Ich danke dir dafür, dass deine Liebe, Herr, überall, wo die Menschen sie zulassen, dass sie in sie hineinkommen. Ich danke dir dafür, dass diese Liebe alle Angst vertreibt. Amen. Amen. Ein Mann schreibt uns von einem Unfall und bittet um Gebet. Ich hatte vor drei Jahren einen Unfall. Meine Lendenwirbel sind stark geschädigt. Leider haben es die Ärzte bis heute nicht wieder heilen können. Ich kann kaum noch laufen. Auch meine Beine sind irgendwie geschädigt. Ich bin 75 Jahre alt und hatte vor, noch so viel in meinem Leben zu tun. Aber wenn das nicht anders wird, dann kann ich nur noch in ein Pflegeheim gehen. Davor habe ich Angst. Ja, Jesus, du bist der Herr, der Lösungen hat. Und ich danke dir, dass du diesem Mann begegnest. Danke, dass du ihm seine Angst nimmst und dass er wirklich sein Vertrauen auf dich setzt. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst und dass du ihn vollkommen wiederherstellst, am ganzen Leib. Und du weißt, wo da die Ursache genau ist, der Lendenwirbel und auch die Beine, alles, was damit zusammenhängt. Und ich danke dir, dass du da Wunderbares tust, dass das wieder hergestellt wird in deine göttliche Schöpfungsordnung und dass alles, alle Zellen wieder in die richtige Funktion kommen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau hat zwei Anliegen. Bitte beten Sie für meinen Nachbarn im Haus für Heilung. Er hat Lungenkrebs und bekommt zurzeit Bestrahlungen. Vielen herzlichen Dank. Und beten Sie auch für meinen Enkelkind. Er ist vier Monate alt und hat eine ziemliche Erkältung und bekommt schlecht Luft durch die Nase. Vielen lieben Dank. Jesus, du weißt um diese Gebetsanliegen, um den Nachbarn, der Lungenkrebs hat. Und ich danke dir, dass du auch diesen Krebs besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass du ihn berührst. Danke, dass dieser Krebs kein Anrecht mehr hat und dass dieser Krebs verschwindet im Namen Jesus. Danke, dass er wieder hergestellt ist, so wie du ihn geschaffen hast. Danke, Jesus. Und auch dieses Enkelkind, danke, Jesus, dass du auch ihn berührst und dass diese Erkältung weggeht und diese Luftnot verschwindet. Danke, Jesus. Du bist der Herr, auch über diesem Kind. Und ich danke dir, dass deine Heilungskraft fließt. Amen. Amen. Schreib uns doch dein Anliegen, wenn wir für dich beten dürfen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Eine Mutter bittet für ihren Sohn um Gebet. Liebe Beter, bitte betet für unseren Sohn. Er ist seit zehn Monaten nicht mehr aus dem Haus gegangen. Er leidet unter einer starken Angststörung. Ja, danke, Herr, dass genau dieser Sohn auch das erlebt, dass er deine Liebe, deine Liebe in sich hineinlässt. Ich danke dir dafür, Herr, denn deine Liebe treibt dir Angst aus. Und ich danke dir, Herr, lass es auch diesen Menschen begreifen. Und ich danke dir dafür, dass er wieder in einen normalen Rhythmus hineinkommt, hineinkommt, in einen normalen Alltagsrhythmus im positiven Sinne hineinkommt und wieder das Leben genießen kann. Ich danke dir. Amen. Amen. Eine Bitte um Gebet erreichte uns per E-Mail. Ein junger Mann, 17 Jahre alt, hat einen Gehirntumor. Ich bitte um Gebet für ihn. Danke, Herr, dass wir auch für diesen jungen Mann kommen dürfen. Herr, danke, Herr. Herr, gerade junge Menschen, die solche Krankheiten haben. Herr, liegen in unserem Herzen. Herr, danke, Herr. Herr, wo das ganze Leben noch vor diesen Menschen liegt. Ich danke dir dafür auch, dass diesem jungen Mann begegnest, dass dieser Krebs vertrocknen muss, weichen muss. In Jesu Namen. Vater, wir bitten in Jesu Namen, dass dieser Krebs verschwindet und wir schimpfen diesen Krebs, dass er verschwindet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes Liebe und Gottes Hilfe ist so grenzenlos. Das bezeugen immer wieder Menschen. Und Gott erhört Gebet, wenn es auch manchmal länger dauert. Und so schreibt uns jemand, absoluter Dank. Ihr habt so oft in den letzten Jahren für mich gebetet, für körperliche und seelische Heilung. Jetzt ist es Realität geworden. Ich bin gesund und Gott ist der Herr meines Lebens. Ich lebe und darf wieder ein Segen für andere sein. Halleluja, preis dem Herrn. Und eine Frau hat wunderbar die Versorgung Gottes erlebt. Ich bedanke mich sehr bei euch und eurem Gebetsteam für die Gebete. Jesus hat mir eine Drei-Zimmer-Wohnung südlich von Berlin ab Oktober 2021 gegeben. Für einen Mietpreis, über den ich nur staunen kann. Ja, das ist wirklich ein Wunder, in dieser Gegend eine so super Wohnung zu finden. Und von mehreren Gebetserhörungen berichtet uns diese Frau aus Frankreich. Sie schreibt, danke für eure Gebete. Gott hat geantwortet. Ich kann gleich von mehreren Gebetserhörungen berichten. Mich hat Gott von Schwindel, extremen Bluthochdruck, Cholesterin und massiven Blasenbeschwerden geheilt. Vor zwei Tagen wurde bei mir ein großes Basaliom im Gesicht entfernt. Ich hatte um Gebetsunterstützung gebeten. Alles verlief bestens. Ich gebe Jesus die Ehre. Auch in unserer Ehe ist es friedlicher geworden. Mein Mann und ich sind uns auch im geistlichen Bereich näher gekommen. Ihr habt auch für eine junge Frau gebetet, die massive Augenbeschwerden hatte. Es geht ihr viel, viel besser. Ihre Schwester ist jetzt nach mehreren Fehlgeburten im sechsten Monat schwanger. Mein Mann wurde im vergangenen Jahr am offenen Herzen operiert. Er ist voll wiederhergestellt. Dem Herrn gebührt alle Ehre und euch vielen Dank für eure treue Gebetsunterstützung. Was für eine wunderbare Gebetserhörung und Veränderung. Sei ein Alltagsveränderer. Neue Motivation. Ein Mann schreibt. Danke für das Magazin. Eure Texte sind sehr lebensnah und bibeltreu. Ich bin begeistert. Wir feiern am 13.8. wieder einen Jugendgottesdienst zu dem Thema Sei ein Alltagsveränderer. Ein junges Mädchen wird darüber berichten, wie sie Motivation für ihren Alltag bekommen hat, nachdem sie den Bibelleseplan Sei ein Alltagsveränderer gelesen hat. Vielen Dank und macht weiter. Gott segne euch. Ja, diese Bibellesepläne sind wirklich ein großes Segen. Und wenn du möchtest, kannst du auch dich da einklinken auf YouVersion. Da sind unsere Bibellesepläne, die du dir holen kannst. Ja, es ist so wunderbar, wenn Menschen so Wunderbares erleben. Und sei ein Alltagsveränderer. Sei auch du einer, indem du Menschen wirklich die Liebe Gottes weitergibst. Und wenn du so etwas erlebt hast, wie du gehört hast, oder was ganz anderes, lass es uns einfach wissen. Wir lesen es hier gerne, gerne vor. Ja, die Liebe Gottes. Wenn sie uns erfüllt, treibt sie die Angst aus. Und daher bitte ich dich, sei mal konzentriert und überlege, wo du Angst hast. Lass dort Gottes Liebe hinein. Und wenn Gottes Liebe in dich hineinkommt, dann fällt es auch dir leichter, andere zu lieben. Schick uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Heute habe ich was ganz Besonderes noch am Ende für euch. Und zwar den Männertag am 20.11. Mit Dirk Schröder. Dirk Schröder war schon einige Male hier und hat auch das Ehe-Webinar hier mit uns zusammen gemacht. Jetzt ist am 20.11. der Männertag dran. Und ihr liebe Frauen, die sagen, ich habe keinen Mann oder ich bin kein Mann, das interessiert mich nicht. Sondern ich sage dir, tu einfach deinem Mann oder einem Bekannten diesen Männertag spendieren. Es wird ihn verändern. Wir machen ihn online als Webinar. Oder du kannst auch vor Ort kommen. Unter der 3G-Regelung werden wir hier in der Christuskathedrale im Haus auch den Männertag live miterleben. Ich sage dir, und wenn du ein Mann bist, natürlich ist genau die Sache für dich. Ich sage dir, es ist nichts Langweiliges. Es hat viele tolle Sachen. Und du wirst zu manchem sagen, das hat mich verändert. Das habe ich noch nie so gehört. Das ist die Lösung. Und ich sage dir auch, wenn du nach Hause gehst zu deiner Frau, die wird es spüren. Es wird dich verändern. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir wünschen dir Gottes Segen und verabschieden uns. Bis bald. Alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.